Im Trecken. Bis später. Audace 10 Schlaftgeist 2 führt ein der Intercity-Guts von Berlichingen aus Hannover über Osnabrück, Münster, Dortmund, Hamm. Hallöchen, Popöchen! Mein Name ist Gabi. Was kann ich für Sie tun? Ich muss mal. Sie müssen mal. Herzlichen Glückwunsch, da sind Sie bei McLean genau richtig. Der Snow ist ein Klo. Der Snow ist ein Klo. Musst du einmal kacken oder wie ist er? Geht's in Wien? Hier ist ein Klo. Wie heißen Sie? Paul. Prima, Paul. Was können wir Ihnen denn anbieten? Ich muss mal. Super. Was müssen Sie denn genau? Genau? Ja, was darf's sein? Groß oder klein? Was? Pipi oder Popo, Bach oder Berg? Muss ich das sagen? Oh, wenn Sie's lustiger finden, kann ich auch versuchen es zu raten. Ich muss einfach klein, ja? Warum machen Sie nicht auch noch groß? Wir haben heute Durchfallwochen bei McLean. Da bekommen Sie für jeden günstig einmal kleines Geschäft gratis. Was? Ich muss einfach klein. Gut. Wie viel klein möchten Sie denn machen? Was? Normal, Mittel oder Maxi? 0,2, 0,3 oder 0,5 Liter, Paul? Ich weiß nicht. Dann nehmen Sie doch unser neues Angebot. All you can piss. Is. 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 Das nehme ich. Gut. Hi. Ich bin Ken. Ich bin Ihr Shit Assistant. Ich wollte doch klein. Oh, sorry. Oh. 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 Ich bin Barbie. Ich bin Ihr Piss Assistant. Meine Piss Assistentin? Ja. Barbie begleitet Sie zu Ihrem persönlichen Toilet Seat, dirigiert Ihren Schwanz und hält die schönsten Momente Ihrer Sitzung auf Polaroid fest. Auf Polaroid? Oh, Sie können wählen. Wir stellen Ihnen die Scheiße auch gerne ins Internet. Nein. Nein. Nein? Hi. Oh, sorry. Hi. Oh, sorry. Hi. Oh, fuck. Hören Sie zu. Ich muss einfach aufs Klo, ja? Ja. Kein Problem. Oh, shit, 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 shit. Oh, shit, 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 just less than shit a bit. Oha, oha, give your best feet to the rest. So, nun noch einige Fragen zu Ihrem persönlichen Piss-Profil, Paul. In welchem Stil soll Ihre Toilet-Event-Area eingerichtet sein? Mein was? Paul, wir haben Louis XIV, Jugendstil und Bauhaus. Mir egal. Paul, Louis XIV, Jugendstil und Bauhaus. Bauhaus kann ich jetzt. Gut. Welche Musik möchten Sie dabei hören? Musik. Wir haben Pop, Jazz und Reggae. Oh, und wie ich sehe, sind auch gerade die Berliner Philharmoniker wieder frei. Mahlzeit, 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 Mahlzeit. Martin, Paul und Willi. Hallo Gabriele, vielen Dank. Super Tipp. Wassermusik. Danke, Willi. Danke. Gabi, ich will keine Musik. Keine Musik? Kann ich jetzt? Vielleicht stimulierende Geräusche. Was? Wir haben... Was? Oh Gott. Tropfender Wasserhahn. Wir haben... Alles. Oh. Gebirgsbach. Und wir haben die Abgabefälle. Nein. Nein, nein, nein. Nicht mehr. Nein, Paul. Vielleicht eine medizinische Analyse Ihrer Urinwerte. Nein, nein. Nein, nein. Ich habe jetzt die Schnauze voll. Oh, Paul. Jetzt machen Sie aber einen etwas angepissten Eindruck. Ich bin angepisst. Ich habe in die Hose gemacht. In die Hose gemacht? Ja. Da weiß ich gar nicht, wie ich das berechnen soll. Oh, was? Ja. Da weiß ich gar nicht, wie ich das berechnen soll. Geöffnet ist täglich, mein Lieb macht es möglich, bei uns fühlst du dich zu Haus. Klopapier Winkelstein Duftspender Geöffnet ist täglich, mein Lieb macht es möglich, bei uns, bei uns, bei uns fühlst du dich zu Haus. Geöffnet ist täglich, mein Lieb macht es möglich, bei uns fühlst du dich zu Haus.